Was sind Cranberries? Die Cranberry ist ein Strauch und zählt zu der Familie der Heidekrautgewächse und der Gattung der Heidelbeere. Ihre ursprüngliche Heimat ist Nordamerika. Heute findet man sie auch in Europa und Asien. Wann und warum sollte man Cranberry-Kapseln einnehmen? Cranberries haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften. Die Einnahme ist für den Körper nicht schädlich. Was ist in Cranberries drin? Die Cranberry enthält die Vitamine C, A und K, sowie Elektrolyte wie Kalium, Natrium, Phosphor und Proantocyanidine. Zudem enthält sie organische Säuren, die dazu beitragen, dass die Vitamine und Mineralstoffe auch nach der Ernte lange in der Frucht bleiben. Welche Vor- und Nachteile haben Cranberry-Kapseln? Cranberry-Kapseln haben eine Reihe positiver Auswirkungen auf deinen Körper. Sie wirken vorbeugend bei einer Blasenentzündung und können auch die Bakterien wirksam bekämpfen. Wie dosiere ich Cranberry-Kapseln? Viele Hersteller kennzeichnen auf ihren Produkten den Packgehalt, also den Anteil des Wirkstoffes. Im Allgemeinen wird dabei eine Dosierung von 36 mg Pack pro Tag empfohlen. Was kosten Cranberry-Kapseln? Cranberry-Kapseln werden in verschiedenen Größen angeboten. Je nach Hersteller schwankt der Preis sehr stark. Der Preis beginnt bei 12,65 Euro und 100 Gramm und geht bis zu 93,80 Euro und 100 Gramm. Wo kann ich Cranberry-Kapseln kaufen? Cranberry-Kapseln kannst du in Drogeriemärkten, Supermärkten, Apotheken und in vielen Online-Shops kaufen. Welche Alternativen gibt es zu Cranberry-Kapseln? Die Vorzüge der Cranberry kannst du anstatt der üblichen Kapseln auch in Form von Cranberry-Saft genießen. Eine Studie konnte nachweisen, dass eine tägliche Menge von 750 ml Cranberry-Saft zum Abendessen ausreicht, um die Abwehr der typischen Bakterien zu aktivieren. Was zeichnet Cranberry-Kapseln aus und was sind die Vor- und Nachteile? Kapseln sind bei Nahrungsergänzungsmitteln besonders beliebt, da die Hülle erst im Körper abgebaut wird und der Stoff im Dünndarm aufgenommen wird. Das schund den Magen, führt allerdings auch dazu, dass der Stoff langsamer vom Körper aufgenommen wird. Was zeichnet Cranberry-Tabletten aus und was sind ihre Vor- und Nachteile? Im Allgemeinen ist die Herstellung von Tabletten günstig, lange haltbar und geschmacksneutral. Das macht sie zu einer beliebten Form. Monsieur, wie kann ich Cranberry-Kompott selber kochen? Ein Cranberry-Kompott ist einfach, geht schnell und schmeckt besonders gut zu wild. Käsegerichten und Schnitzel Wir haben für dich ein einfaches und schnelles Rezept rausgesucht. YouTube.de Kalle kocht Omas Rezepte Ist die Wirkung von Cranberry-Kapseln wissenschaftlich erwiesen? Die Wirkung von Cranberries wurde vielfach untersucht. Die Forscher sind sich nicht einig. Wie kann ich einer Blasenentzündung vorbeugen? Neben der Einnahme von Cranberry-Produkten, kannst du eine Blasenentzündung mit Hilfe verschiedener Maßnahmen vorbeugen. Wir werden dir einige Maßnahmen näher vorstellen.